Hallöchen! Vor einem Monat gab es ein größeres Drama in der Warrior Cats Community. Da ich aber jetzt erst so langsam mit dem Abitur fertig werde, kommt erst heute ein Video darüber. Also was ist passiert? Es begann mit einem Community-Post von Little Dragon Studios. Dieser Kanal hat eine sehr gute Animation zu In die Wildnis gemacht. Eigentlich hatten sie sogar vor, das komplette Buch zu animieren, doch dazu wird es jetzt nicht mehr kommen. Auf der Warrior Cats Website wurde nämlich zuvor eine neue Regel hochgeladen, die beschreibt, was für Videos und anderen Content man über Warrior Cats machen darf und was nicht. Little Dragon haben sich mit dem Warrior Cats Team in Verbindung gesetzt und es wurde sich im Endeffekt darauf geeinigt, dass sie diese Animationen nicht machen dürfen. Diese erste Episode, die bereits fertig war, durften sie zwar noch hochladen, aber sie durften von da an keine weiteren Episoden mehr machen. Was bedeutet das jetzt für uns? Natürlich ist es erstmal ziemlich beunruhigend, wenn Warrior Cats auf einmal sagt, Hey, wenn du unsere Regel nicht befolgst, löschen wir dein Video. Und ja, diese neue Regel ist zwar immer noch sehr doof, aber es ist zum Glück nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Die werden jetzt nicht einfach so MEPs oder Fanart verbieten oder gar löschen. Schauen wir uns das mal genauer an. Ich blende jetzt die Regel ein, um die es geht. Im Original, was ihr jetzt sehen könnt, ist sie natürlich auf Englisch. Ich habe versucht, sie so genau wie möglich zu übersetzen, was aber nicht super einfach war, denn die haben das alles nicht gerade klar und deutlich formuliert. Darum hat das auch bereits für viel Diskussion und Missverständnisse gesorgt. Ich werde zu dieser Regel folgende Fragen beantworten. Was darf man jetzt noch machen? Was genau darf man nicht mehr machen? Und zu guter Letzt sage ich euch, warum mich diese Regel so aufregt und warum das Ganze vielleicht ein schlechtes Omen für den Warrior Cats Film ist. Bevor ich meine Antworten abgebe, aber noch zwei Disclaimer. Erstens, Moon Kitty hat zu dieser Thematik bereits ein sehr gutes Video gemacht. Es ist nicht mein Ziel, ihr einfach alles nachzuplappern. Ich werde euch hier meine eigene Interpretation erzählen. Falls ihr aber eine noch ausführlichere Erklärung von mehr als nur dieser neuen Regel haben wollt, schaut euch gerne zusätzlich ihr Video an. Zweitens, wenn ich in diesem Video über das rede, was Warrior Cats getan hat, rede ich vor allem über die Aktion von Kulabi. Das ist die große Firma, die für die Website, aber auch für das Management von Warrior Cats verantwortlich ist. Ich rede also nicht von HarperCollins, nicht von Belz & Gilbert und schon gar nicht von den Autoren. Wenn ich in diesem Video sage, Warrior Cats will oder Warrior Cats hat das und das gemacht, meine ich in diesem Fall nur diese eine Firma. Alle anderen haben mit diesem Thema wahrscheinlich nichts zu tun. Kommen wir zurück zur Regel. Was ist also alles erlaubt? Nun, für die meisten von uns ändert sich mit dieser Regel so gut wie nichts. Fanart, MEPs oder OCs sind immer noch genauso möglich wie vorher. Das Einzige, was nun gelöscht werden kann, sind die Sachen, die Sie hier im dritten Abschnitt erwähnen. Im ersten Satz davon sagen Sie, dass Sie das Recht haben, alles löschen zu lassen, was eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Gut, das ist erstmal nichts Neues. Jede Firma hat dieses Recht. An der Stelle ist es aber wichtig, eine Sache klar zu sagen. Laut Gesetz ist nämlich so gut wie jedes Fanart eine Urheberrechtsverletzung. Du hast ein Bild von Feuerstängen gemalt? Nun, dieser Charakter gehört dir nicht. Urheberrechtsverletzung. Theoretisch hätte Warrior Cats das Recht, alle Fanart-Bilder dieser Art löschen zu lassen. Aber das zu machen wäre absolut bescheuert. Und das weiß Warrior Cats auch. Immerhin ist die Warrior Cats-Community nur zu dem geworden, was sie ist, weil es diese ganzen Videos und Fanarts gibt. Viele von uns, ich ja auch, haben Warrior Cats überhaupt erst wegen solchen Animationen gefunden. Diese Bücher leben also zum Teil von unserer Kunst. Das Ganze zu verbieten würde für Warrior Cats das kreative Ende bedeuten und das wissen die auch. Darum haben sie das alles auch eben nicht verboten. Sie könnten es zwar tun, aber sie machen es nicht und sie werden es auch niemals machen. In den nächsten Sätzen erklären sie auch, dass sie eben nicht über normale Fanarts reden. Sie reden nur von einer ganz speziellen Art an Animationen, die nun verboten ist. Und zwar Animationen, die vollständige Bücher oder ganze Staffeln komplett oder sehr ähnlich nachspielen. Das ist alles. Jegliche anderen Fanarts oder sonstigen Projekte fallen unter das, was sie im ersten Abschnitt schreiben. Sie lieben unsere Fanarts und Kunst und ermutigen uns sogar mehr davon zu machen. MAPs, Bilder, Fanfictions oder auch Videos wie meine werden immer noch sehr vom Warrior Cats Team gemocht und wir müssen keine Angst haben, dass irgendwas davon gelöscht wird. Das wird nicht passieren. Gut, jetzt wo das klar ist, was sind nun genau die Sachen, die man nicht mehr machen darf? Das ist tatsächlich gar nicht mal so schwer zu erklären. Sobald du vorhast, eine ganze Staffel oder ein ganzes Buch zu animieren, darfst du es nicht. Fertig. Das war es eigentlich schon. Aber warte, darf man denn Ausschnitte aus den Büchern originalgetreu animieren? Nehmen wir mal an, du willst nur das erste Kapitel aus In die Wildnis animieren. Darf man das? Ja, laut deren Formulierungen hier schon. Du hast ja nicht vor, einen Großteil des Buches zu animieren. Demnach solltest du dieses eine Kapitel als Animation machen dürfen. Und ja, ich weiß, die Animation von Little Dragon Studios war auch nur ein Teil des Buches. Der Grund, warum ihnen diese Animation trotzdem verboten wurde, war aber, weil sie eben vorhatten, das ganze Buch zu animieren. Hätten sie nur diesen einen Ausschnitt animieren wollen, kann ich mir vorstellen, dass alles okay gewesen wäre. Und was ist mit Inspiration? Darf man eine Animation über eine Story machen, die der Geschichte von Warrior Cats ähnelt? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eure Animation schon sehr, sehr ähnlich zum Original sein muss, damit Warrior Cats überhaupt daran denkt, eure Animation löschen zu lassen. Wenn ihr jetzt meinetwegen ein komplettes Warrior Cats Buch animieren würdet, aber einfach nur die Namen der Charaktere ändert, dann wäre das denke ich verboten. Aber Animationen, die nur von Warrior Cats inspiriert sind, aber sich ansonsten viel selbst ausdenken, sind immer noch genauso erlaubt wie vorher. Bisher kann man das ganze Wirrwarr ja noch in etwa verstehen. Aber warum gibt es diese Regel erst jetzt? Sowas wie SSS Warrior Cats hat sie in den letzten Jahren auch nicht interessiert. Warum verbieten sie das also erst 13 Jahre später und warum gibt es diese Regel überhaupt? Warrior Cats gehört zum Teil Kulabi. Kulabi ist ein Unternehmen. Unternehmen mögen es nicht, Geld zu verlieren. Demnach, vorausgesetzt sie können und dürfen es, verbieten Unternehmen einfach alles, womit sie Geld verlieren können und erlauben alles, womit sie Geld machen können. Fanarts und Animationen sorgen dafür, dass mehr Menschen Warrior Cats kennenlernen und sich dann die Bücher kaufen. Das ist für Warrior Cats sehr praktisch und bringt Geld. Immerhin müssen sie fast nichts dafür tun, dass neue Leute ihre Bücher finden und dann kaufen. Sie müssen diese Bücher einfach nur produzieren. Den Rest machen wir Fans. Okay, so weit, so gut. Aber warum wollen die jetzt nicht, dass Leute ihre Bücher animieren? Das lockt doch auch nur Menschen an, die dann ihre Bücher kaufen. Ja, das stimmt zwar, aber Warrior Cats hat scheinbar, irgendwann, vor, einen offiziellen Film zu machen. Darum wollen sie es nicht zulassen, dass andere auch sowas machen. Das ist eigentlich schon ein Kompliment an Kanäle wie Little Dragons. Warrior Cats glaubt quasi, dass wir Fans in der Lage sind, etwas zu produzieren, was eine Art Konkurrenz für den offiziellen Film darstellen könnte. Die haben quasi Angst, dass, wenn der offizielle Film draußen ist, sich viele Leute nur den fangemachten Film anschauen und nicht deren richtigen. Darum haben sie auch jetzt erst diese Regel geschrieben. Erstens, 2009, als SSS Warrior Cats rauskam, war noch kein Film in Planung. Und zweitens, bei solchen Animationen haben sie sich bisher noch gedacht, ach, das sind ja nette Fanprojekte. Mittlerweile, mit der Entstehung von quasi professionellen Studios wie Little Dragons oder VC Animated, merken sie langsam, dass bei dieser Entwicklung Fans bald in der Lage sein könnten, einen kompletten professionellen Film zu machen, der eine Art Konkurrenz für sie darstellen könnte. Also haben sie sicher ist sicher schnell sowas verboten. Klar, man könnte auch sagen, die verbieten das einfach nur, weil diese Projekte eine ziemlich krasse Urheberrechtsverletzung darstellen. Und ja, das ist natürlich auch nicht falsch. Aber zu sagen, dass sie das nur aus diesen rechtlichen Gründen machen, klingt mir irgendwie zu sehr nach einer faulen Ausrede. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wenigstens teilweise recht habe. In deren zweiten Abschnitt begründen sie nämlich, warum sie diese Regel eingeführt haben. Sie haben es sehr komisch formuliert. Da steht ungefähr sowas wie, Wir haben diese Regel eingeführt, weil wir nichts erlauben wollen, was uns daran hindern könnte, selbst neue Unterhaltungs... Dinge anzubieten. Aha. Im Kontext mit dem Verbot von Animationen bedeutet das, denke ich, mal so viel wie, Ja, also wir finden es ja sehr toll, dass ihr so viel Fan habt und so macht, ne? Aber wir wollen auch mal selbst was tun. Und wenn ihr das macht, was wir eigentlich machen wollen und dabei auch noch gut seid, dann verlieren wir dadurch Geld und das finden wir doof. Trauriger Smiley. Wie ihr vielleicht raushören könnt, finde ich diese neue Regel nicht so gut. Natürlich macht es Sinn, dass sie kein Geld verlieren wollen. Ein ferngemachter Warrior-Kids-Film könnte wirklich einige vom echten Film ablinken und so für Verluste sorgen. Trotzdem ist es sehr schade, dass diese ganzen Kanäle mit so viel Talent jetzt nicht mehr das machen dürfen, woran sie schon seit Jahren gearbeitet haben. Aber es ist mehr als nur schade. Diese Regel zeigt auch noch was anderes. Sie zeigt, wie faul Warrior-Kids vielleicht eigentlich ist. Warrior-Kids will nicht, dass es fangemachte Filme gibt, weil sie dadurch Geld verlieren können. Sie glauben, dass ein Fan-Projekt ihnen Zuschauer klauen könnte. Wisst ihr, was Warrior-Kids noch hätte machen können, anstelle von so einer Regel? Sie hätten einfach sicher gehen müssen, dass der Film, den sie machen wollen, gut ist. Fertig. Cooler B als großes Unternehmen muss es einfach nur hinbekommen, einen Film zu machen, der besser ist als ein Fan-Projekt. Wenn sie das schaffen würden, würden sie kaum bis gar keine Zuschauer und damit auch kaum bis gar kein Geld verlieren. Aber nein, anstelle davon, dass sie sich einfach viel Mühe geben, verbieten sie einfach solche Fan-Filme, damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, deren Film mit etwas anderem zu vergleichen. Man will verhindern, dass wir einen guten, ferngemachten Warrior-Kids-Film schauen. Sie wollen, dass wir unbedingt nur ihren Film ohne irgendeinen Vergleich angucken, egal wie schlecht er ist. Sie wollen auch nicht riskieren, dass wir oder Außenstehende, die Warrior-Kids gar nicht kennen, bemerken, dass Fans etwas Besseres geschafft haben als ein ganzes Unternehmen. Das ist alles ziemlich frustrierend. Vor allem jetzt, wo wir wissen, dass Fans so etwas wirklich besser hinkriegen könnten als das offizielle Warrior-Kids-Team. Das Potenzial ist da. Naja, es war da. Was ist nun also das Fazit zu dieser ganzen Thematik? Einerseits gibt es gute Nachrichten. Kein Fan muss sich Sorgen machen, dass seine Bilder oder Videos gelöscht werden. Die Regel betrifft nur Megaprojekte wie das von Little Dragon Studios oder VC Animated. Andererseits zeigt diese Regel aber auch, dass hinter Warrior-Kids leider nicht nur nette Autoren stehen, sondern auch große Unternehmen, denen wir Fans egal sind. Klar ist das alles nur meine Ansicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so dramatisch, wie ich es hier darstelle. Mein Video soll auch auf gar keinen Fall ausdrücken, dass Warrior-Kids am Ende ist oder sowas. Nein. Die Autoren, die netten Leute, die für Warrior-Kids arbeiten, können nichts dafür, was die großen Firmen im Hintergrund beschließen. Ich wollte mit diesem Video einfach nur erreichen, dass auch im deutschen Warrior-Kids-Fandom mehr Leute über diese Regel Bescheid wissen. Außerdem wollte ich Missverständnisse darüber klären und meine eigenen Gedanken zum Thema teilen. Ich hoffe, mir ist das alles gelungen und euch hat das Video gefallen. An der Stelle möchte ich mich noch bei allen Leuten bedanken, die meine Videos schauen und vielleicht sogar abonniert sind. Außerdem ein großes Danke an meine Kanalmitglieder. Eure Unterstützung ist der Wahnsinn. Falls ihr auch ein Mitglied werden wollt, würde mich das sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Video und bis dahin, möge der Stern-Clan euren Weg erleuchten.